Yo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich hatte vor dem Patch euch den Barbarenbild vorgestellt und gesagt, dass ich hier diesen Höllhammer nach dem Patch auf jeden Fall suchen möchte, weil sich ja einige Unix geändert haben. Und da habe ich mich gefragt, wie man das am besten machen kann. Ich könnte natürlich jetzt einfach random in irgendwelche Nightmare Dungeons gehen oder in der Oberwelt rumlaufen und versuchen den zu finden. Aber, das werden die meisten Profis von euch schon wissen, es gibt bei jedem Gegner eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, bestimmte Items fallen zu lassen. Bevor jetzt die ganzen E-Sportler unter euch hier wieder die Finger warm machen, um dann was in die Kommentare zu schreiben. Ich weiß, ihr wisst das schon, aber bedenkt, jeden Tag starten neue Spieler in das Game rein. Ich habe das bei YouTube noch nicht vorgestellt, wird bestimmt den einen oder anderen Abonnenten von mir geben, der das noch nicht weiß und der ganz glücklich über diese Information ist. Ich habe danach auch noch nicht wirklich Sachen gesucht, deswegen wäre es für mich auch mal eine coole Herausforderung, um das mal auszuprobieren. Ich habe hier den Zweihandstreitkolben, ich werde euch mal die ganze Liste einblenden. Und der wird vermehrt von Ertrunkenen fallen gelassen. Übrigens, bei allem was ihr da seht, ist die Wahrscheinlichkeit fünfmal höher als bei anderen Gegnern. Das heißt, wenn ich jetzt eine Spinne töte, die hat eine Chance von 1, sage ich mal, einen Streithandkolben fallen zu lassen, dann hat ein Ertrunkener die fünffache Wahrscheinlichkeit. Und deswegen muss ich auf jeden Fall Ertrunkene suchen. Ertrunkene findet man immer irgendwo an der Küste und in verschiedenen Nightmare Dungeons. Also hier oben zum Beispiel bei der Küste wäre super, hier an der Küste wäre super oder im Osten an der Küste wäre super. Aber ich habe überlegt, am meisten Sinn würde machen, die Matrosenzuflucht, wenn ich sie dann finden würde, da ist sie. Weil hier sind vermehrt Ertrunkene drin und davon gibt es auch ein Nightmare Dungeon. Und bei Nightmare Dungeons, das kam ja auch mit dem letzten Patch, wurden die Monster Density erhöht. So, jetzt habe ich viel gequatscht. Was ich jetzt machen werde, ist hier ein Matrosenzuflucht zünden und dann versuchen, Höllhammer zu finden. Falls ich das jetzt im Video nicht hinbekomme, ich werde das im Stream weitermachen und da mal so ungefähr schauen, wie lange ich gebraucht habe, effektiv, um den zu finden. Die Gegner werden so um die Level 80, 85 sein, wahrscheinlich 85 plus, damit ich die Chance auf ein Uber-Item habe, was mathematisch natürlich unsinnig ist, aber ich versuche es auf jeden Fall. Außerdem, ich habe heute Morgen schon ein bisschen gespielt, habe ich das Gefühl, die Unique-Drop-Rate wurde erhöht. Ich habe viele Uniques bekommen, nicht mit den Barbaren, ich habe in einer anderen Klasse gespielt. Deswegen, ich glaube, ich habe ganz gute Karten, um das relativ schnell hinzubekommen. Und ich würde sagen, ich mache jetzt einen Cut, bis ich den Höllhammer habe. Einen Tag später, der Höllhammer ist gefallen. Ich habe gestern drei Stunden, heute nochmal drei Stunden ungefähr, in Matrosenzuflucht gehangen. Immer nur 40er Nightmare Dungeons. Und jetzt ist er endlich gefallen. Höllhammer war das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Unique, was gefallen ist. Tatsächlich sogar beim Boss, in Matrosenzuflucht. Das ist ja diese ertrunkene Meerjungfrau, was ja ein ertrunkener ist und zu 100% seit dem Update ein legendäres Item fallen lässt. Und ich denke mal, daher auch eine erhöhte Chance auf einen Unique hat. Zwischendurch hatte ich dann auch einmal hier den Auslöscher mit zwei Jahren Streitkolben. Ich muss aber sagen, wenn man sich das jetzt so anschaut, das 7., was habe ich gesagt, 8. Unique ist dann erst das, was ich gesucht habe. Ja, ich weiß nicht, ob ich in Zukunft auf diese Art und Weise weiterhin suchen würde. Ich glaube, es macht mehr Sinn, auch für euch Leute. Spielt das, worauf ihr Bock habt. Matrosenzuflucht ist jetzt auch nicht das Geilste, um zu laufen, weil da diese doofen Geister sind. Und wenn ihr mehr Spaß an Sarath habt oder mehr Spaß habt an irgendeinem anderen Nightmare Dungeon, würde ich glaube ich eher auf den Spaß gehen, als auf Krampf dahin zu gehen, wo es nach Wahrscheinlichkeit das Unique gibt. Außerdem gibt es ja auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, nach dem Nightmare Dungeon auch Unique zu bekommen. Deswegen Leute, also ja, ich glaube schon. Hier sieht man ja, ich habe zweimal einen Colm bekommen, dass die Wahrscheinlichkeit erhöht ist. Aber ob ich jetzt in Zukunft darauf weitergehen würde, wenn ich ein Bestimmtes suchen würde, weiß ich nicht. Vielleicht ist auch der Colmen mit den Ertrunkenen nicht das beste Item, um herauszufinden, ob diese erhöhte Chance wirklich greift, weil da ja auch noch andere Sachen fallen können. Es war ja jetzt nicht nur der Colmen, ich habe hier die Liste nochmal offen. Bei Ertrunkenen sind es ja auch Sense, Hosen und Schuhe. Wenn man überlegt, ich habe nur eine Hose bekommen und gar keine Schuhe. Ja, ob das so richtig, ja, ich weiß nicht. Spielt das, worauf ihr Bock habt, war jetzt ein Experiment. Ich hoffe, das hat euch eine Erleuchtung gegeben. Viele sagen ja nur, ey, es gibt eine erhöhte Chance und testen das nicht. Ich habe das Ganze mal getestet. Wie gesagt, sechs, sieben Stunden habe ich in Matrosenzuflucht gehangen, um den Höllhammer zu bekommen. Ausflascher fiel als drittes, glaube ich. Hat gar nicht so lange gedauert, aber ja. Nehmt mit, was ihr daraus mitnehmen könnt. Es gibt diese erhöhte Chance, ob ihr dann darauf geht oder nicht, bleibt euch überlassen. Ich würde mich sehr über einen Follow freuen, Leute. Demnächst kommt der Bild vom Kugelblitz. Vielleicht mache ich nochmal was zum Barbaren, falls ihr wollt. Und würde sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.